Feuerwerke in Minecraft können sehr, sehr cool aussehen, doch sie zu craften erfordert einiges an Zeit und einiges an Wissen, denn diese Crafting-Rezepte, die sind nicht unbedingt immer einfach. Doch es gibt eine andere Variante und zwar eine Variante über Summon-Commands. Summon-Commands, was, werdet ihr euch jetzt vielleicht denken, damit kenne ich mich ja so gar nicht aus, ist überhaupt kein Problem, denn in diesem Tutorial von 5.07 geht es um den Minecraft-Updates.com-Firework-Summon-Command-Generator, der es uns möglich macht, einfach so mit wenigen Mausklicks unsere eigenen Feuerwerke zu konfigurieren und dann dementsprechend per Summon-Command durch einen Command-Block direkt zu spawnen und damit ganz, ganz verrückte Feuerwerke zu erstellen. Doch lasst uns nicht lange um den heißen Beier herumreden, sondern direkt anfangen. Dafür geht ihr auf Minecraft-Updates.com-Fireworks, Link natürlich auch unten in der Videobeschreibung und hier haben wir schon verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Zuallererst die Explode-Time und dort tragen wir ein, auf welche Höhe praktisch das Feuerwerk explodieren soll. Tragen wir dort 1 ein und generieren uns dann mal ein Summon-Command über den Button Generate, dann bekommen wir diesen hier ausgegeben, kopieren wir ihn jetzt mit STRG-C und fügen ihn anschließend in einen Minecraft-Command-Block ein. Dann sehen wir, explodiert das Feuerwerk, was bisher noch keinen Effekt hat, einfach direkt im Command-Block. Und das wollen wir natürlich nicht, deshalb setzen wir diese Explode-Time auf den Standard von 20 zurück, denn dann haben wir eine recht angemessene Höhe für Feuerwerke und die passt auf jeden Fall zu fast jeder Situation. Unter Position und Direction können wir einstellen, bei welcher Position die Firework-Rocket gespawnt werden soll, also praktisch direkt im Command-Block ist der Standard. Ihr könnt das Ganze aber mit relativen Koordinaten zum Beispiel auch ein Stück nach oben verschieben und mit der Direction einstellen, wohin die Feuerwerks-Rakete fliegen soll und wo dann die Explosion stattfindet. Explosion ist schon ein gutes Stichwort, denn es gibt jetzt die Explosionstypen, das sind natürlich die interessanten, denn bisher haben wir dem Feuerwerk ja noch keine Effekte gegeben. Und standardmäßig sehen wir hier beim Explosionstyp, von dem wir vier verschiedene zur Verfügung haben, den kleinen Feuerwerks-Ball aktiviert. Es gibt auch noch den großen Feuerwerks-Ball, es gibt den Stern, den Creeper und praktisch eine Art Schweifeffekt. Und jetzt wählen wir uns zuerst einmal den kleinen Feuerwerks-Ball aus und jetzt kommt ein Feature, was ich sehr, sehr schätze an diesem Generator, und zwar die Farbenauswahl. Hier haben wir nämlich so sehr unbegrenzte Möglichkeiten, wir können unsere Farben genauestens abmischen, hier im Farbspektrum, und wir können sie auch zum Beispiel verdunkeln mit diesen Graustufen rechts. Und da haben wir viele, viele Möglichkeiten und ich entscheide mich einfach mal hier für so eine Art Limettengrün. Und unter Fade Colors können wir einstellen, in welche Farbe praktisch dieses Grün, was wir ausgewählt haben, übergeblendet wird. Dafür klicken wir uns hier rein, wählen zum Beispiel mal in Gelb aus und jetzt wird sich die Farbe des kleinen Feuerwerk-Balls von einem Art Limettengrün in ein, ja, Zitronengelb überfaden. Und jetzt können wir noch einstellen, ob das Ganze, ja, eine Art Schweif wieder hinter sich herziehen soll, ja oder eben nein. Und ob dieser Ball dann dementsprechend auch flackern soll oder ob er einfach aufploppt und dann auch schon wieder verschwindet, das ist unsere Entscheidung, die wir hier jeweils mit No oder Yes differenzieren können. Und jetzt denke ich, haben wir schon mal eine Menge eingestellt und deshalb klicken wir wieder auf Generate, kopieren uns wieder einfach den Command in Minecraft, in den Command-Block, überprüfen, ob im Output-Fenster auch keine Fehler im Command-Block stehen. Und dann müssen wir nur noch auf den Button drücken und schon wird uns unser Feuerwerk gespawnt und wir sehen den Ball, der von grün nach gelb überfadet und eigentlich schon ganz schön aussieht. Doch jetzt klicken wir einfach mal auf den Reset-Button, denn dann wird wieder alles zum Ausgangszustand zurückgesetzt und jetzt bedienen wir uns einfach mal aller Möglichkeiten, die wir haben. Und alle Möglichkeiten sind in diesem Fall vier verschiedene Explosionen in einer Feuerwerksrakete. Und dafür wählen wir hier mal den Star, hier mal den Large Ball und dann nochmal den Creeper und ich würde sagen, Burst darf auch nicht fehlen. Jetzt haben wir hier schon vier verschiedene Dinge, wählen dazu jeweils noch eine Farbe aus. Das ist eure Entscheidung, je nachdem wie ihr das gestalten möchtet, da habt ihr auf jeden Fall viele Möglichkeiten. Und jetzt habe ich einfach mal random eine Auswahl getroffen und wir klicken mal auf Generate und ihr seht, diese Commands können sehr, sehr lang werden. Und wenn man diese wirklich selbst tippen müsste, dann würde man da sehr lange dran sitzen. Also kopieren wir uns auch diesen Command, der uns ja freundlicherweise generiert wurde und fügen den direkt wieder in den Minecraft-Command-Block ein. Und dieses Feuerwerk, das ist echt episch, oder? Wenn ihr das Ganze craften würdet, würde das gar nicht so einfach funktionieren, denn da habt ihr gar nicht die Möglichkeit, so viele verschiedene Effekte in ein Feuerwerk zu legen. Und das sind praktisch die Hauptfeatures. Wenn ihr jetzt eine richtig große Feuerwerk-Show starten wollt, dann schaut euch einfach mal die Tipps, die es noch auf der Seite da unten gibt, an. Und zwar zum Beispiel, dass ihr eine Minecraft-Strecke baut, innen hinein mit zwei Blöcken Abstand, Command-Blöcke und außen herum eben einen Minecraft mit Detektor-Rails fahren lassen, sodass immer in bestimmten Zeitintervallen bestimmte Feuerwerke aktiviert werden und dann dementsprechend nach und nach in den Himmel schießen. Da gibt es sehr, sehr coole Möglichkeiten. Und die Möglichkeiten, die könnt ihr wahrnehmen auf minecraftupdates.com slash fireworks. Das war es soweit von diesem Tutorial. Ich wünsche euch schon mal Silvesterfeiernden Minecraft oder was auch immer ihr mit diesen Feuerwerken vorhabt. Wenn ihr möchtet, habt ihr jetzt noch die Möglichkeit, in unser letztes Video zu schauen. Das waren nämlich die 10 besten Minecraft-Seiten und da gehört diese Seite in jedem Fall hinzu. Allerdings nicht nur wegen des Firework-Tools, sondern zum Beispiel auch wegen des Summon-Command-Generators. Und das Video zu diesem Summon-Command-Generator, das findet ihr nochmal rechts verlinkt, direkt unter dem Video zu den besten Minecraft-Websites. Jetzt bedanke ich mich aber fürs Zuschauen und wünsche euch viel Spaß beim Herumexperimentieren mit den Feuerwerken. Tschüss und bis dahin.